Ein positiver Sommer, oh oh oh, ein positiver Sommer, oh oh oh, ist der positive Sommer. Hi Facebook, ich habe ein tolles Fan-Make-Up-Tutorial für dich bei YouTube auf meinem Kanal Bunny Sports. Also, liebst du Fußball? Ja? Magst du die Olympischen Spiele? Guckst sie aber eigentlich nur, weil Fußball deine absolute Lieblingsdisziplin ist und du auch eigentlich nur deswegen dahin gehst oder sie vom TV schaust. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann komm auf jeden Fall vorbei auf meinen Kanal, den habe ich dir am Anfang ja genannt. Und da zeige ich dir mit schnellen Tipps, wie einfach du das alles hier umsetzen kannst. Also, schau vorbei, ich warte auf dich. Sommer, oh oh, ist voller Freude, ganz wie ich jetzt.